Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mal wieder eine Folge für die Playlist Netzstimmung. Heute haben wir den Thomas Riedel da und wir werden uns über das eine oder andere unterhalten, was ihr gleich merken werdet. Thomas, wer bist du und was machst du? Hallo, ja, mein Name ist Thomas Riedel. Ich bin ein Tech-Journalist aus Köln und bin das schon seit fast 15 Jahren. Und außerdem einen Podcast-Produzent, der aktuell mit dem Metaverse-Podcast wuchert und da auch auf ordentlich Resonanz trifft. Und das ist dann auch der Grund, warum du mich, glaube ich, eingeladen hast, das Thema Metaverse. Einerseits das genau und ich hatte einen sehr sympathischen Rant von dir gelesen über die OMR und das NFT-Event, was es da gab. Und habe dann gesagt, ja, das, was du da nicht verstanden hast, habe ich auch nicht verstanden. Beziehungsweise, da hatte ich auch schon dagegen gemotzt, aber ich glaube bisher nur auf Twitter. Und vielleicht können wir das mal auseinanderfieseln. Was hat das Metaverse mit NFTs zu tun? Was ist das Metaverse überhaupt? Ja. Und überhaupt. Vielleicht fangen wir aber mal an dieser Bruchstelle an. Was war da bei der OMR? Das ist das Online-Marketing-Rockstars-Konferenz-Festival. Genau. Deutschlands größtes und tatsächlich einflussreichstes Marketing-Event. Online-Marketing-Rockstars-Festival. Seit Jahrzehnten, über zehn Jahre schon wirklich the place to go, wenn du irgendwas mit Marketing zu tun hast. Und die feiern das natürlich sehr groß. Also ganz typisch ist, dass da natürlich Rockstars da auch plötzlich spontan auftreten, die vorher nicht aufgeführt waren im Programm. Oder es kommen irgendwelche Superstars wie Quentin Tarantino und die sieht man dann halt nur auf der OMR. Was natürlich total geil ist, weil die Tickets sind nicht unfassbar teuer. Du kannst einfach mal kurz nach Hamburg fahren und kannst sie dir dann live anschauen. Außerdem sind da ganz viele Leute, die man sonst auch so nur von LinkedIn kennt oder TikTok oder so, die dann halt den heißen Scheiß präsentieren und dann natürlich eine große Bühne haben. Und ja, ich würde mal sagen, unter Marketing-Gesichtspunkten machen die da alles richtig. Also sie sind super erfolgreich, werden immer größer. Und jetzt nach diesen zwei Jahren Corona-Abstinenz konnten sie natürlich da auch wieder einen ordentlichen Hit landen. Über 70.000 Menschen waren da nach eigenen Angaben. Der Durst nach echten Events war groß und hat auch gut funktioniert. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen. Ich habe aber ein Unternehmen gehört, die haben alle ihre Mitarbeiter dahin geschickt. Und 25 Prozent davon waren anschließend mit der Corona infiziert. Also es scheint vielleicht auch ein ordentliches Spreading-Event gewesen zu sein. Hoffentlich waren alle geimpft, kann man da nur sagen. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich bleiben die 25 Prozent dieser Mitarbeiter dann auch physisch, psychisch und sonst wie erhalten. Ja, also wir drücken da die Daumen, dass da auch nicht mehr passiert ist. Ich meine, es gibt immer so ein paar Kollateralschäden. Es wäre komisch, wenn bei 75.000 Leuten niemand krank werden würde. Die Frage ist, wie viele haben sie denn hingeschickt? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Das ist auch so Zahlen, wo man es nicht so... Ja, genau. Aber ja, genau, 25 Prozent reicht. Ich habe vor Ort keine Abstriche gemacht. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja auch darauf an, was man dann da macht. Ob man nur sich japanisch begrüßt oder irgendwie Körperflüssigkeiten beim Tanzen austauscht oder so. Ja, da muss man auch auf die Affenkirpe dann aufpassen, wenn man das tut. Das ist dann das andere Thema, genau. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, das klingt wie Republika mit Geld, aber bei 70.000, ich glaube, das ist dann so eher fünf Republikas oder so. Ich weiß nicht, wie groß die dieses Jahr wird. Da werde ich mich hintrauen und mal gucken. Also ich glaube, da waren wir bisher so bei 10.000 Leuten, wenn ich recht informiert bin. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Da ist, sage ich mal, da geht es ja oft einfach auch um die Inhalte und um das Netzwerk. Die haben ja auch was Neues geplant. Das ist ja diese Textkonferenz, wo es eigentlich nur um Text geht. Fand ich sehr, sehr spannend als jemand, der natürlich auch viel Text macht. Es klingt was wie was für uns beide, ne? Ja, absolut. Also Leute, die sich mit richtigen Inhalten beschäftigen. Nicht, dass da auf Marketing-Festivals nicht auch irgendwelche Inhalte am Start sind. Ist ja alles gut, ja, aber so ein bisschen Bashing darf ja auch sein. Naja. Genau. Auf jeden Fall, ja. Das war, glaube ich, noch ein bisschen machen, Bashing. So, was war eigentlich genau? Ich habe das nämlich gar nicht so richtig verstanden, dieses NFT-Event. Vielleicht sollten wir erstmal nochmal kurz sagen, was NFTs sind, weil ich glaube, nicht alle, die diesen Podcast abonniert haben, sind da total informiert. Und dann klären wir mal, was bei diesem Event passiert ist und warum du da deine Bauchschmerzen damit hattest. Ja, also NFTs sind eine Technologie, die dazu verwendet wird, Bilder einzigartig in eine Datenbank schreiben zu können. Das ist eine Technologie, die basiert auf Blockchain und ist sozusagen eine Subkategorie dieser ganzen Krypto-Geschichten. Und ja, im Grunde geht es darum, Einzigartigkeiten über die Blockchain festlegen zu können. Es ist eine Abkürzung für Non-Fungible Tokens. Wer es genauer wissen will, soll es bitte nachlesen, denn es ist wirklich kompliziert. Also es ist jetzt nicht, was man mal eben so erklärt, sondern da geht es um komplizierte Mathematik. Da geht es darum, dass man immer drei Parteien hat, die das bestätigen, eine Transaktion. Da geht es um dezentralisierte Datenbank-Geschichten und so, also Krypto-Kram. Also das ist relativ kompliziert. Würde jetzt auch zu weit führen, das zu erklären. Macht mir auch keinen Spaß zu erklären, wenn ich ehrlich sein soll. Genau, also wir können es nochmal versuchen. Ich habe ein Bild oder ich habe einen Text oder ich kann auch eine Audiodatei oder ein Video haben. Und das habe ich irgendwo und dann trage ich in eine Blockchain, was ja an sich nur eine Art Liste ist, trage ich ein, das Ding gehört jetzt dem Oliver oder dem Thomas. Und das macht man so, dass man das nicht fälschen kann, beziehungsweise nur sehr schwer, dass irgendwie schief gehen kann. Wir lesen zwar andauernd, dass irgendwelche Bitcoins und so weiter geklaut werden und irgendwelche NFTs, aber davon mal also so 200-prozentig sicher scheint das Ganze auch nicht zu sein. Aber im Wesentlichen ist es das. Und was wohl beim NFT, weil es nicht an der normalen Bitcoin-Blockchain hängt, sondern an der sogenannten Ethereum-Blockchain hängt. Soweit ich das verstehe, kann ich mit diesem Eintrag auch eine Art kleines Programm ausführen. Und da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, inwiefern das an manchen ganz wenigen Punkten vielleicht sogar NFTs total sinnvoll machen würde, sofern nicht andere Kriterien noch reinkicken, die gegen Blockchain-Technologie generell sprechen. Gut, und bei dem Event… Vielleicht hier noch eine kleine Korrektur. Vielleicht hier noch eine kleine Korrektur. Also die NFTs können an irgendeiner Blockchain hängen. Also das ist jetzt nicht so, dass das sozusagen nur an Ethereum hängt, sondern kann auch woanders dranhängen, kann auch an Blockchains hängen, die zum Beispiel auch klimafreundlicher sind oder einfach eine andere Verschlüsselung haben, die zum Beispiel auch nicht dezentral sind, sondern zentral gemanagt werden. Also das ist kein nicht apologetisch da in dem Sinne, sondern kann auch überall sonst passieren. Du hast es aber gut zusammengefasst. Also ist eine Datenbank, die ist hart verschlüsselt und dezentral, sodass praktisch, wenn ich sie auf meinem Gerät lösche, ist sie aber woanders verfügbar und kann sozusagen dann nicht mehr… Sie kann eigentlich nicht mehr gelöscht werden. Das ist so ein bisschen der Hintergrund daran. Gut, jetzt habe ich auch wieder was gelernt. Und weil ich sage immer, ich glaube, alles, was man erklären kann, sollte man halbwegs vereinfachen können. Klar, wenn man jetzt darauf eingeht, wie die Blockchain das macht, dass sie so sicher ist und so weiter. Da geht es dann in Techniken, die man bei seinem eigenen Auto oder vielleicht heutzutage nicht mehr mal bei seinem E-Bike richtig versteht. Also insofern… Ich würde sagen, es ist komplizierter, wie ein Verbrennungsmotor zu erklären. Das kommt darauf an, wie gut man in Physik dann aufgepasst hat damals. Aber genau. So, und was war da jetzt bei der OMR für ein Event in dem Zusammenhang? Also das ganze Event war natürlich, das ganze OMR-Event war natürlich ein NFT-Event, weil das natürlich das Hauptthema war. Ich hatte mir für meine Kritik ja nicht eins rausgesucht. Es fanden mehrere Sachen auf der Bühne statt. Leute, die gesagt haben, warum NFTs total wichtig sind, warum Unternehmen unbedingt jetzt etwas in Web3 machen müssen. Und es fanden aber auch einzelne NFT-Drop-Geschichten statt. Also da hat halt jemand NFTs verteilt oder hat etwas gelauncht, wo man dann eben NFTs kaufen und minten kann. Und das fand da halt statt, wurde gefeiert und bejubelt. Und das hat man natürlich auch auf LinkedIn gesehen. Und daraufhin habe ich dann einen Wut-Tweet losgelassen, der funktioniert hat. Dann habe ich den Wut-Tweet erweitert und den auf LinkedIn gepostet. Und das ist dann explodiert. Also da sind da irgendwie 250.000 Views drauf und tausende von Likes und Shares. Also das ist dann wirklich explodiert. Und das habe ich auch nicht erwartet gehabt. Also das war auch für mich eine Überraschung. Habe mich natürlich gefreut. Und dann habe ich auch gemerkt, dass die Leute darauf gewartet haben, dass ihnen mal jemand das jetzt endlich mal einordnet. Ja, also ich glaube, das war so ein bisschen notwendig, das mal zu sagen und auszusprechen. Das wurde zwar schon, also ich bin da nicht der Erste, der das macht. Das hat mich deswegen auch gewundert. Also es gibt im Tech-Bereich einige Leute, die schon wirklich auch sehr detailliert darüber geschrieben haben, warum das nicht mehr geht. Und ich habe es ja eigentlich etwas oberflächlicher und populistischer formuliert. Einfach mal Nagel reingeschlagen sozusagen. Und das hat dann letztendlich in Zusammenarbeit mit der OMR wunderbar funktioniert und hat dann, ja, zu diesem Post geführt. Und der tatsächlich einen zweiten Post nach sich gezogen hat, der fast ähnlich viral gegangen ist. Ich glaube, ich habe sogar erst den zweiten gelesen. Der erste Post war praktisch ausschließlich, ich bezog er sich auf die ökologische Komponente. Und der zweite Post hat dann eigentlich nochmal alle anderen Aspekte hinzugefügt und gesagt, so und eigentlich geht es überhaupt gar nicht auf jedem Level. Und der war nicht ganz so erfolgreich, aber hat auch noch gut funktioniert. Vielleicht war natürlich genau diese Emotionalität, war wahrscheinlich der Grund, warum das vielleicht mehr abgegangen ist, als wenn einer sagt, Leute, lass uns doch mal vernünftig sein und lass uns das nicht machen oder so. Schaffen wir das sozusagen relativ im Schnellvorlauf mal diese Kritikpunkte anzusprechen? Also das eine ist das Ökologische, das kann ich ja mal übernehmen. Das ganze Zeug braucht endlos Energie. Und zum Teil wird das auch in Ländern gemacht, wo die Energie vielleicht nicht so besonders ökologisch gewonnen wird und wo vielleicht der Strom zwar billig ist und die Polizei nicht so drauf guckt und so weiter. China, glaube ich, hat das Minden von, oder hat überhaupt das Erzeugen von Cryptocurrency, glaube ich, in ihrem Land schon verboten, weil das einfach endlos Energie frisst. Und die man halt vielleicht sinnvoller einsetzen oder am besten gar nicht verbrauchen sollte an der Stelle. Wenn du schon keine Energie hast, dann auch noch sozusagen dafür Energie in Stadtgröße zu verbrauchen, ist schwierig. Genau. Genau. Also das ist das eine. Was gibt es noch für andere Kritikpunkte, die du daran zu merken hast? Ja, vielleicht muss man mal ein Beispiel machen auch. Also eine Bitcoin-Transaktion verbraucht so viel Energie wie 1,5 Millionen Visa-Transaktionen. Okay. Also ich kann 1,5 Millionen Sachen bei Ebay kaufen, mit Visa bezahlen. Also wahrscheinlich mein ganzes Leben dreimal oder so oder ein paar Mal öfter, selbst wenn ich alles da bestelle. Oder einmal einen Burger mit Bitcoin bezahlen, was ja heute keiner mehr macht. Und jeder, der das, glaube ich, vor zehn Jahren gemacht hat, beißt sich jetzt irgendwo hin, ja, dass er mal einen Burger mit Bitcoin gekauft hat. Aber das ist inzwischen die Dimension. Ja, also Sascha Pallenberg hat eine wunderschöne Infografie gebaut. Die hat er auf LinkedIn gepostet. Da steht zum Beispiel auch noch was anderes drauf, was auch hart ist. Du könntest im Prinzip eine 12-Watt-LED-Lampe 21 Jahre lang ununterbrochen brennen lassen. Mit einer einzigen Bitcoin-Transaktion. Das ist, ja. Also, das ist schon hart. Der Energiefrebrauch ist real. Also das ist kein Scherz. Und ja, es gibt zwar auch mittlerweile alternative Chains, die wesentlich weniger verbrauchen. Trotzdem sind 98 Prozent aller Projekte laufen auf den klassischen Chains. Und, naja, für den Rest interessiert sich halt einfach keiner. Und die sind dann halt trotzdem energieintensiv, aber halt nicht ganz so krass. Wobei, was ja noch dazu kommt, ist ja der Energieverbrauch. Auch beim Generieren dieser Coins. Ja, also wir haben einerseits... Das ist da schon mit eingerechnet. Ah, das ist schon mit eingerechnet. Ja, ja, genau. Okay. Okay. Also das ist ja nicht plötzlich weg, sondern das verteilt sich dann zwar besser. Ja, also natürlich wird das dann immer weniger pro Transaktion. Aber da müsstest du halt so ein paar Trillionen Transaktionen machen, damit das dann Richtung Null geht oder so. Genau. Also wenn ich es bei den klassischen, vielleicht muss man es nochmal kurz skizzieren, bei den klassischen Bitcoin, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist so eine Art Rechenwettbewerb. Ja, wer findet große Primzahlen? So, so. Und da rechnen dann Tausende oder eine Million Leute, rechnen da dran oder eine Million Rechner, aber nur ein Rechner findet halt diese Zahl. Und dann ist sozusagen die ganze Energie, die die anderen verballert haben, ist dann an der Stelle umsonst, sondern die müssen dann wieder weiterrechnen bis zur nächsten Primzahl. Ja, beziehungsweise, also sie ist ja nicht umsonst, sondern sie wurde ja auch dafür genutzt, um diesen Bitcoin zu finden, um diesen einen Coin zu finden. Aber es ist natürlich jetzt nicht so wie ein Wasserspeicherkraftwerk, wo du Wasser den Berg hochpumpst, um es dann wieder runterlaufen zu lassen, um dann neue Energie zu produzieren. Sondern die Energie ist weg, sozusagen für eine Datenbank. Beziehungsweise, genau, und diese anderen Leute, die haben ja dann nichts davon, weil die kriegen halt von dem Bitcoin ja nichts ab, weil sie die Zahl nicht gefunden haben. Sondern den Bitcoin kriegt ja dann nur derjenige, der das Problem sozusagen gelöst hat, die Rechenaufgabe gelöst hat. Ist das so richtig? Ich glaube, dass es tatsächlich anteilig deiner Rechenleistung bekommst du kann. Ah, okay. Ah, okay. Gut. Das hängt, glaube ich, auch davon ab, welche man wie benutzt und so. Okay. Genau, immer gleich. Aber dass wir das zumindest mal skizziert haben. Gut, was sind noch andere Aspekte, wo man sagen kann, das macht irgendwie alles keinen Sinn? Ja, also es gibt keine Features. Das ist im Grunde kein Feature, Krypto zu haben. Ich habe das sehr gerne immer bei Startups, die sich mir vorstellen und wollen, dass ich es über sie schreibe. Die sagen, ich habe hier ein Startup, das kann das und das. Aber eigentlich geht es nur darum, dass sie irgendwie die Blockchain eingebaut haben. Das heißt, Krypto ist eigentlich kein Feature, das man irgendwie als Produkt will. Ja, also, dass du ein Startup hast und du willst jetzt irgendetwas in deine Blockchain schreiben, das ist nicht das Produkt, was letztendlich beim Endkunden ankommt. Das heißt, die allermeisten Startups, die irgendwas mit Blockchain machen, da muss man immer sagen, du hast kein Produkt entwickelt, sondern sozusagen eine Lösung entwickelt für ein nicht vorhandenes Problem. Ja, also die Argumente sind da meist irgendwie Dezentralisierung, die letztendlich beim Kunden völlig irrelevant sind. Also alle Argumente, die Startups verwenden, um ein Blockchain-Startup zu gründen, wenn es nicht ausschließlich darum geht, sozusagen das Ökosystem irgendwie zu bearbeiten. Da kann man eigentlich bei jedem Startup, da könnt ihr mir auch so viele Startups schicken, wie ihr wollt, immer sagen, du brauchst die Blockchain nicht. Ja, also ein Spruch, den ich mir so zurechtgelegt habe, ist, jedes Startup, das du mit Blockchain entwickelst, könnte eigentlich ohne Blockchain sicherer, schneller, billiger und nachhaltiger entwickelt werden. Okay, können wir vielleicht ein Beispiel machen, weil das bleibt jetzt vielleicht für die, die zuhören, ein bisschen abstrakt. Gute Frage. Mir fällt tatsächlich kein Blockchain-Startup an, wo ich jetzt sagen würde, mach das nicht so, aber also zum Beispiel das Thema Dezentralität, ja, also da geht dann zum Beispiel drum, du hast irgendwie ein Lager und du buchst dann Sachen in dem Lager und packst das auf eine Blockchain. Ja, also das ist so ein klassisches Ding, damit das auf jeden Fall für immer in der Blockchain drin steht. So, warum muss das jetzt in die Blockchain rein und warum kann das nicht in eine traditionelle Datenbank rein? Es gibt dafür keinen Grund. Also du kannst das Gleiche bauen, einfach mit einer normalen MySQL-Datenbank. Also es gibt keine... Das wäre mir jetzt auch eingefallen, ich könnte sagen, ich mache jetzt Amazon mit Blockchain und schreibe alle Bestellungen in die Blockchain rein, aber ich kann sie auch einfach in die Amazon-Datenbank reinschreiben. Nur in der Blockchain wäre ja das Problem, dass jeder meine Bestellungen sehen könnte. Also eigentlich ist es ja auch noch kontraproduktiv. Manche sagen, das ist das Feature, dass es Transparenz ist. Also zu 99,9% ist es nicht das Feature. Die Kunden interessieren sich überhaupt nicht für irgendeine Transparenz. Die wollen ihr Produkt billig und schnell haben und interessieren sich nicht, ob das jetzt alle lesen können. Und dafür bezahlt sich ja auch keiner. Also angenommen, wir Journalisten hätten total das Interesse daran, dass wir immer sehen, wer jetzt sozusagen was kauft in der Blockchain, damit wir das auswerten mit Big Data Analysen und Datenjournalismus machen und dann tolle Artikel schreiben könnten. Wir bezahlen die aber nicht dafür. Warum sollten Journalisten sozusagen kostenlos das tun dürfen? Wir würden auch niemals dafür bezahlen, um diese Daten zu sehen. Das ist also Quatsch. Genau, also das ist an für sich, ist Blockchain kein Feature, das man für irgendein Produkt gebrauchen könnte, weil es eigentlich immer sozusagen durch etwas anderes schneller, besser, leichter, umweltverträglicher genutzt werden könnte. Es ist die teuerste und umständlichste Methode und meistens gibt es keinen erkennbaren Nutzen dadurch, sondern es ist eigentlich ein Feature und das ist eigentlich ganz interessant, der Aspekt. Deswegen habe ich jetzt auch das Startup-Beispiel gebracht. Es gibt ja, das ist ja nicht die erste Hype-Welle, die wir haben in der Startup-Branche. Sie hatten zum Beispiel die Social-Media-Hype-Welle. Plötzlich gab es Social-Media-Startups wie Sand am Meer. Und manchmal waren das gar keine richtigen Social-Media-Startups, sondern da war halt irgendeine Social-Komponente dabei. Ja, da konntest du plötzlich einen Shop haben, der halt total Social war. Letztendlich wurde das einfach nur angeflanscht, damit die, ja, damit die Investoren es geil finden und sagen, coole, moderne Technologie kaufen wir. Nächstes Beispiel, Big Data. Wir erinnern uns an die Big Data-Welle, wo es darum ging, ja, wir sammeln total viele Daten, weil wenn wir die auswerten, dann können wir teule neue Features bauen, die die Kunden total toll finden und dann bekommt unser Produkt Traction oder wir können das als Zusatzleistung monetarisieren oder so. Die allermeisten Big Data-Startups wussten noch nicht mal, was Big Data war. Also ich hatte Big Data-Startups, die sich mir vorgestellt haben. Die haben gesagt, ja, wir haben hier Datensätze dann von 5000 Usern und so und dann haben wir gesagt, das ist nicht Big Data. Big Data, da geht es um Terabyte. Da geht es um riesige Datenbanken. Was ihr habt, ist Data, aber nicht Big Data. So, nächster Step, AI. Genau so eine Hype-Welle, die hält auch noch tatsächlich so ein bisschen an. Die allermeisten AI-Startups sind keine AI-Startups, sondern sie bauen halt If This Then That irgendwie mit ein paar Daten, die sie gesammelt haben und sagen dann halt, wir sind ein AI-Startup, weil sie halt dann vielleicht auch nochmal so einen Algorithmus drüber haben laufen lassen oder ein bisschen automatisierte Statistik, was der offizielle Name für Machine Learning ist, drüber laufen lassen haben. Warum machen sie das? Naja, damit begeistern sie halt natürlich die Investoren und sagen, cool, geile Technologie, total angesagt. Das ist ein Garant dafür, dass ihr erfolgreich seid. Das kann man praktisch immer so praktisch für jeden Hype einmal durchexerzieren. Immer dann, wenn so ein Hype kommt, gibt es eine Welle an Startups und die Leute investieren wie blöde da drin. Ich glaube, Mobilität ist auch so ein Thema, ne? Ja, genau. Also es war auch mal so, also natürlich auch Mobile, war so das Ding. Food, Food, Hipster Food. Quick Commerce war so ein Thema. Dann haben wir natürlich die ganzen Quantified Self hatten wir mal. Oh ja, Wearables. Wearables, auch sehr geil. Oder zum Beispiel Roller, ja? Also hier E-Scooter. Noch, noch ein, wir haben einen E-Scooter erfunden. So dachte man, ja, unserer ist viel besser als der von allen anderen. Ja, wahrscheinlich. Dann haben wir plötzlich zehn verschiedene E-Scooter in der Stadt stehen. Was willst du sonst erzählen? Weil es ist ein E-Scooter. Ja, und ja, also das, ich sage mal, es macht doch ein bisschen Sinn, dass wenn so ein Hype kommt, dass auch viele Startups versuchen, also sich da versuchen. Ja, das macht ja auch Sinn. Das ist ja praktisch auch Teil des Startup-Gedanken. Praktisch schneller, billiger Einstieg. Schauen, kann ich irgendwo einen Anpack finden? Kriege ich die Prozesse besser hin? Habe ich mehr Traction gegenüber den Kunden? Kann ich Mitbewerber schlucken? Und so, ne? Das ist ja auch ganz normal. Und sogar eigentlich auch gut, weil man dann sozusagen mit wenig Geld viele Experimente hat in dem gleichen Feld und zum Schluss wirklich herausfinden kann, was eigentlich funktioniert. Jetzt könnte man natürlich so in die generelle Startup-Kritik einsteigen und sagen, ja, daraus entsteht dann ein Monopolist. Aber das führt jetzt vielleicht an dieser Stelle ein bisschen zu weit. Aber ich gehe ja da drin so ein... Wir können auch sagen, der, der den Kunden am schnellsten über den Tisch zieht, der gewinnt da. Ja, ja, genau. Am schnellsten und am reibungslosesten. Und deswegen, also sind jetzt sozusagen alle Startups auch plötzlich Metaverse-Startups geworden. Völlig egal, was sie machen. Sie machen, sie hängen da irgendwie eine Blockchain dran, machen irgendwas mit NFTs oder sind irgendwie immersiv oder eine große Community oder so. Egal, alles Metaverse. Und das ist das, was wir gerade sehen. Also die Metaversifizierung sozusagen ist dafür da natürlich, um die ganzen Gelder abzuzwacken. Völlig egal, ob das stimmt oder nicht. Genau, jetzt haben wir noch ein Bingo-Wort, was wir vielleicht mal erklären müssen, weil ich glaube, fast jeder dürfte es inzwischen gehört haben, auch dass Facebook sich zu Meta umbenannt hat und jetzt ein Metaverse bauen will. Aber ich glaube, dass selbst unter den Leuten, die das mitgekriegt haben, da noch eine ganze Menge Irrtümer kursieren, worum es eigentlich geht. Beim Thema Metaverse meinst du jetzt? Genau. Also wir kommen dann nachher nochmal auf die NFTs und was die mit Metaverse zu tun haben oder auch nicht. Ja. Und dann können wir das hier so Stück für Stück aufrollen. Also vielleicht zur reinen Vollständigkeit sollte man vielleicht nur sagen, es gibt noch ein paar andere Argumente. Warum man nicht die NFTs machen sollte, das müssen wir jetzt auch nicht alles ganz hart durch akzeptieren, aber die Anzahl der Bad Actor und der Kriminalität in Bezug auf Kryptoprojekte ist unfassbar. InfoSec und Security, also das ist halt sehr unbewährte IT beziehungsweise teilweise einfach schlampige IT, wo dann einfach völlig klar ist, dass durch alle möglichen Attacken Datenbanken geklaut werden, die ganzen Passcodes und Decodes geklaut werden, wodurch da natürlich dann auch Milliarden teilweise in den Börsen geklaut werden. Also es gibt ja eigene Kryptobörsen dafür. Wirtschaftlich ist es ein Prinzip unter aller Sau, das heißt, man hat einen unfassbar hohen Tech-Aufwand, es ist schwer zu maintainen und im Prinzip gibt es keine Features, ja, also das ist ein Problem und sogar politisch gesehen, das Ganze, also einer der größten Investoren ist Andresen Horowitz, der praktisch seine komplette Investmentfirma, also früher hat er auch beim Facebook, einer der ersten Facebook-Investoren und so weiter, der im Prinzip sein komplettes Programm auf Krypto umgestellt hat. Er ist ein absoluter Trampe-Fürworter und möchte im Prinzip den absoluten anarchistischen Hyperkapitalismus erschaffen und entzieht sich im Grunde damit der gesamten Regulierung, ja, also es geht darum, der Regulierung zu entkommen, damit er machen kann, was er will. Und letztendlich, wenn du dir so ein paar Sachen rauspickst und daran investierst, kannst du davon ausgehen, dass er mit unter der Decke steckt. So, ja, das heißt, von wegen Dezentralisierung, das Ganze zielt wieder hin auf einen zentralisierten Investor, der im Prinzip die Marktmacht haben möchte und über Marktmacht dann die Herrschaft der Welt und alles unter dem Vorwand der Demokratisierung und des Dezentralismus. Und ganz ehrlich, es ist genau das Gegenteil. Es ist antidemokratisch, es ist zentralistisch und anarchistisch und deswegen, jetzt noch ganz kompakt zusammengefasst, ist es für mich auch als Journalist, der Antidemokratie glaubt, absolut unmöglich, irgendetwas mit Krypto zu machen, weil es halt einfach extrem tendenziös und antidemokratisch ist. Okay. Gut, das war die gute Zusammenfassung. Ja, also im Gegensatz dazu, sagen wir mal zumindest, bisher Mark Zuckerberg oder so, der hat ja keine politische Agenda im engeren Sinne. Da tut es sogar manchmal ein bisschen schwer, sich von den Leuten zu distanzieren, von denen er sich eigentlich qua Struktur distanzieren müsste. Er ist dann neutral, genau. Er ist eher zu neutral gegenüber den Leuten, die ihm eigentlich selber an die Jacke wollen, ja. Während jetzt so Leute wie Musk oder Andresen Horowitz, ja, ganz klar eine Agenda haben. Genau. Okay, Metaverse. Genau, Metaverse. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also, ich habe sozusagen die etwas theoretischere Ansatz ist der zu sagen, Metaverse ist eine Zukunftserzählung. Es ist eine Hülse, es ist ein Narrativ, ein Wort, was im Prinzip befüllt werden kann. Das Wort selbst ist hohl. Also es bedeutet nichts. Also man kann jetzt zwar irgendwie Meta und Verse analysieren und sagen, was könnte das eventuell bedeuten. Letztendlich ist es eine Hülse und was wir gerade erleben ist, dass Leute das Buch nicht lesen, deswegen gar keine Ahnung haben davon und dann einfach Sachen einfüllen, die sie halt dafür halten, ja. Weil sie halt irgendwie schon mal was davon gehört haben, weil sie glauben, es ist irgendwas mit 3D oder es ist was mit alle zusammen machen, wir irgendwas gemeinsam mit irgendeinem Space oder es hat irgendwas mit Dezentralisierung zu tun. Also da schwirrt total viel herum und jeder, der Interessen hat, der Produkte hat, die er gerne verkaufen möchte, nutzt eben dieses Wort, um, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit zu bekommen, um die Suchmaschine auf seiner Seite zu haben und wirft da seine Narrative rein. Narrative, kleiner Kurs für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist sozusagen ein Begriff aus der Soziologie der 90er Jahre, was zum Beispiel so ein Phänomen beschreibt wie The American Dream, ja. Also vom Tellerwäscher zum Millionär ist so ein Narrativ und das beschreibt sozusagen sehr gut, wenn du fleißig bist, selbst wenn du nichts hast und schlau bist und sozusagen Vollgas gibst, dann wirst auch du es schaffen, ein Millionär zu werden, ja. Das ist sozusagen eine Geschichte, die man nachvollziehen und nachleben kann und woran man arbeiten kann und so ein Narrativ ist das sozusagen. Und jetzt gibt es die Zukunfts-Narrative, die verlagern sozusagen den Gain in die Zukunft. Das heißt, in Zukunft werden wir alle irgendwas machen, ja, ganz typisch. Einen Computer auf jedem Schreibtisch haben. Einen Computer auf jedem Schreibtisch haben. Ivo Efsan meinte vor zehn Jahren mal, wir werden in Zukunft alle in Social Media leben, ja, was auch immer das bedeutet, aber da hat man macht mich alle so, wow, okay, krass, was ist das denn, was können wir denn da tun? Und hatte natürlich die Aufmerksamkeit auf seiner Seite und das hat auch eine Weile funktioniert. Gott sei Dank nicht für immer. Aber es hat funktioniert. Also genau. Die Zukunftserzählung ist sozusagen ein Narrativ, was in die Zukunft verlagert wird. Ich mache mal zwei interessante Beispiele. Das ist sozusagen jetzt ein kleiner Exkurs, der wichtig ist, um auch dieses Metaverse-Narrativ zu verstehen. Beispiel eins, ist, wenn wir zu viele Flüchtlinge ins Land lassen, dann verliert Deutschland sein Deutschsein und das Land geht den Berg runter. Das ist ein klassisches Nazi-Narrativ, sage ich jetzt mal, ja, wo es darum geht, wenn wir das nicht tun, was die sagen, nämlich die Grenzen dicht machen, dann wird es uns ganz schlecht gehen, weil dann kommen ja die bösen Ausländer ins Land. Zweites Narrativ, wenn wir es nicht schaffen, die Umweltzerstörung einzugrenzen, dann werden wir es in Zukunft sehr, sehr schwer haben, noch ein gutes Leben auf diesem Planeten führen zu können, weil wir unser eigenes Habitat zerstören. Zwei apokalyptische Narrative, die sozusagen jetzt aber überprüft werden müssen. Und dafür gibt es natürlich Fragen, die man stellen kann. Also wer erzählt diese Narrative? Warum erzählen sie diese Narrative? Was wollen die von einem? Was sprechen die bei mir an? Also zum Beispiel Ängste. Ja, also beide bedienen Ängste. Man kann aber auch Hoffnungen machen. Ja, also die Narrative, die Hoffnungen bedienen. Jetzt haben wir natürlich aber auch die Wissenschaften und dann können wir Sachen überprüfen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was das Nazi-Narrativ mit der Grenzschließung letztendlich bedeutet, ist es genau das Gegenteil, was die sagen. Also je mehr Leute wir reinlassen ins Land, desto schneller wächst das Bruttoinlandsprodukt und es ist gut für den Genpool. Wir haben nachher mehr Geld in der Tasche und allen geht es besser. Ja, so. Und abgesehen davon, also ich habe jetzt die tausende Jahre nicht abgezählt, aber seit etwa 4000 Jahren wandern in Anführungszeichen Ausländer in Deutschland ein. Also dem, was zu dem entsprechenden Zeitpunkt irgendwie diese Fläche war. Ja, und man sieht ja, man sieht ja, ist bisher noch nicht, immer noch nicht den Bach runtergegangen. Also. Und es gibt es immer noch, obwohl das die ganze Zeit passiert. Seltsam. Ja, also wie gesagt, seit tausenden von Jahren, komischerweise. Ja. Und dann können wir aber natürlich das Narrativ der Umweltzerstörung überprüfen und merken so, alles klar, das ist wissenschaftlich fundiert. Es gibt kaum etwas, was besser wissenschaftlich fundiert ist, wie der Klimawandel. Ja, da gibt es sogar, gab es sogar jetzt in diesem Jahr, nee, das ist schon letztes Jahr gewesen, oder? Ja, letztes Jahr, den Physik-Nobelpreis für einen Deutschen, der gezeigt hat, inwiefern das Wetter mit dem Klima zusammenhängt und damit beweisen konnte, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Die Entdeckung hatte er schon in den 80er Jahren gemacht und hat jetzt dafür den Physik-Nobelpreis bekommen. Also, es gibt kaum etwas, was besser bewiesen ist und das ist eine Zukunftserzählung, die durchaus nützlich ist, wenn man sie sozusagen mit der Zukunftskompetenz überprüft hat. Also, das war sozusagen ein kleiner Kurs in Sachen Zukunftskompetenz und im Prinzip immer, wenn man sagt, in Zukunft werden wir alle oder also irgendetwas in der Art erzählt, muss bei uns ein Alarmglöckchen schrillen und wir müssen sozusagen die Zukunftskompetenz einschalten und überprüfen, ah, was will der gerade von mir? Warum erzählt der mir das? Also, das Zukunftsnarrative gibt es zum Beispiel auch schon sehr lange, also zum Beispiel die Kirche nutzt das sehr gerne, ja, wenn du dich nicht sozial gegenüber anderen Menschen verhältst, dann kommst du in die Hölle. So, ja, das ist auch ein Zukunftsnarrativ, kann man leider nicht überprüfen, ist, oder ist vielleicht auch gut so, dass man sich überprüfen kann, aber hat seine Funktion erfüllt und heute sind wir halt in der Lage, das wissenschaftlich zu überprüfen und bestimmte Dinge halt damit zu tun. Metaverse als Zukunftsnarrativ wurde letztes Jahr im Oktober bei der Facebook Connect, das ist die Facebook-eigene Entwicklerkonferenz, von Mark Zuckerberg verkündet, gleichzeitig mit der Umbenennung des Mantelkonzerns Facebook in Meta und, ja, der hat da so Sachen gesagt, wie wir in Zukunft werden wir alle im Metaverse leben und arbeiten und Meta versucht da seinen Teil dazu beizutragen. Er hat nicht gesagt, wir bauen es, er hat gesagt, wir tragen unseren Teil dazu bei und das hat praktisch den Hype gestartet, ja, und ein ganz interessanter Aspekt, wenn wir uns die Frage stellen, warum hat er das gesagt? Ja, eine wichtige Frage, weil er macht das nicht aus reiner Menschenliebe oder weil er denkt, wir müssen in Zukunft alle im Technoparadies leben und er verteilt dann auch die Geräte kostenlos unter den Gläubigen, sondern das macht er aus einem bestimmten Grund und ein schönes Beispiel ist die, sozusagen das mobile Ökosystem, wenn man sich das mal anschaut, ja, also wir haben aktuell zwei große Player und zwar Google und Apple, die beide ihre eigenen Ökosysteme zur Verfügung stellen. Facebook, Instagram, WhatsApp gehören zwar zu den größten Plattformen der Welt mit mehreren Milliarden Usern, sind aber komplett abhängig von den Regeln, die auf diesen beiden Plattformen gemacht werden. Mark Zuckerberg hat in diesem Jahr, im Frühjahr, die Zahlen bekannt gegeben, die Umsatzzahlen und daraufhin ist der Kurs rapide gefallen, also so viel hat noch nie Mark Zuckerberg verloren, Meta verloren, einen Wert an der Börse und nach eigenen Aussagen hat Meta beziehungsweise Facebook 10 Milliarden Dollar Verlust gemacht, weil Apple im letzten Jahr die Regeln verschärft hat, was die Datennutzung für Werbung angeht. Und daran sehen wir ganz deutlich, Meta ist unfassbar abhängig von den Plattformen der anderen und sie haben eigentlich keine eigene Plattform. Das haben sie zwar mal immer wieder versucht zu machen, ja zum Beispiel haben sie auch mal versucht ein eigenes Handy rauszubringen, hat nicht geklappt. Sie haben zum Beispiel mal so eine Zertiflung. Hat Amazon übrigens auch probiert, da könnt ihr das mal testen, ja da kommst du, wenn du in die Suchmaschine gehst, kriegst du erst die Amazon-Ergebnisse und dann erst alles andere. Genau. Sie haben zum Beispiel auch mal so was versucht wie eine Games-Plattform zu werden. Wir erinnern uns, da sind unsere Mütter von abhängig geworden, ja, von den Klickspielen, die man da machen konnte. Da waren plötzlich lauter Mütter abhängig von, war aber wirtschaftlich leider kein Erfolg. Games auf Facebook spielen keine Rolle mehr. Oder Voice, Voice Assistance, ja, also über KI. Da wollte Meta eigentlich oder Facebook damals eigentlich die Plattform werden für solche Voice Assistance. Haben sie nicht geschafft, hat nicht geklappt. Und so gab es immer wieder Versuche und da war es halt sehr schlau, dass Mark Zuckerberg 2014 Oculus gekauft hat und kann jetzt deswegen versuchen, eine eigene neue Plattform zu bauen, nämlich für das Internet der Zukunft, das Metaverse und dafür haben sie im Prinzip auch schon sehr gut funktionierende Geräte. Das ist schon mal ein Wahnsinnsvorteil und ein Ökosystem, das auch funktioniert, weil auf diesen Geräten ist schon eine Plattform drauf, die Oculus-Plattform und sie machen dafür die Regeln. Das heißt, was Meta da macht, was Mark Zuckerberg da macht, ist, einen Hype zu befördern, der dafür sorgt, dass ihre Plattform die Plattform der Zukunft wird. Neben dem mobilen Ökosystem, das es schon gibt für Handys, eine neue Plattform für das immersive Internet und das ist der eigentliche wirtschaftliche Grund, warum Mark Zuckerberg das macht. Er möchte eine eigene neue Plattform machen, wo er die Regeln für macht. Beziehungsweise, was er ja gesagt hat, ist, dass das dann sozusagen offen sein soll, sodass man sozusagen von einer Plattform, also ich könnte sozusagen spazieren gehen, von Google Plus nach Facebook und in Ebay rein und so weiter und könnte mir das in einer Art dreidimensionalen Raum darstellen können oder was weiß ich, aus der internen Besprechung bei T3N könnte ich rüberwandern in die interne Besprechung von Beispiel Online oder so. Ja, also sozusagen oder von, sagen wir mal, von Zoom nach Teams. Also ich könnte von Zoom nach Teams sozusagen nahtlos rüberlaufen oder vielleicht sogar einen Zoom und einen Teams-Raum zusammenschalten. Um das jetzt mal in den Begriffen des alten Internets zu formulieren. Ja, genau. Also da hat die EU ja gerade auch alle Messaging-Anbieter dazu gezwungen, sozusagen in Zukunft für eine Kompatibilität untereinander zu sorgen. Nennt sich Interoperabilität. Hat Mark Zuckerberg sozusagen auch mit gemeint und auch teilweise gesagt, dass er das für das Metaverse sich wünschen würde. Er kann das natürlich jetzt sagen, dass er das alles sehr offen baut. Warum? Weil er aktuell die absolut dominante Figur ist in dem Bereich. Also keine, kein Anbieter verkauft so viele Geräte wie er. Die haben mutmaßlich, also es gibt keine offiziellen Zahlen, aber jemand, der sich sehr gut in der Branche auskennt und seit 20 Jahren über Second Life schreibt, der hat spekuliert und ein bisschen Daumen und so gerechnet über den Daumen, dass Meta eventuell letztes Jahr elf Millionen Geräte, zwischen elf bis 13 Millionen Geräte verkauft hat. Das ist nicht nichts. Also das ist schon sehr gut. Das heißt, er kann sich natürlich auch sehr großzügig zeigen, aber wie fern er das natürlich in der Zukunft auch umsetzen wird, ist die andere Frage. Jetzt hast du gesagt, ich glaube, Apple hat ja auch schon Geräte angekündigt. Genau, das ist tatsächlich, ja, diesen Montag, diesen Montag ist ja der 6. Juni, da findet wieder die WWDC statt, Apples hauseigene Entwicklerkonferenz und es gab schon, es gibt seit über fünf Jahren Hinweise darauf, dass Apple da an einem Headset arbeiten könnte. Leute, die konservativ schätzen, sagen, es kommt frühestens im nächsten Jahr raus. Es gab auch Gerüchte, dass das Gerät nochmal vertagt wurde, weil es wohl zu Hitzeproblemen kam. Es gab einen Leak vor einer oder zwei Wochen, wo es hieß, dass die, das Kontrollgremium bei Apple, wie heißt das denn, der Vorstand, das Gerät zum Testen auf den Kopf bekommen hat. Es gibt keine Bilder, wir haben keine Beweise dafür, aber das war so ein bisschen ein Leak. Das bedeutet aber auch, dass das Gerät schon vorzeigbar ist, weil sonst würden sie das denen nicht zeigen. Da scheint was dran zu sein. Wir warten da alle drauf. Es gibt viele AR und VR-Startups, die da auch drauf warten, weil sie natürlich diesen Leap erwarten. Wenn das tatsächlich kommen sollte, dann wird das natürlich den Markt ziemlich shaken, weil die werden natürlich wieder was bringen, was ziemlich gut ist. Erwartet wird für diesen Montag eher, dass sie das Reality-OS vorstellen, was sozusagen das darunterliegende Betriebssystem ist. Es handelt sich ja diesen Montag um eine Entwicklerkonferenz, das heißt, für die ist die Hardware jetzt erstmal nicht ganz so wichtig, sondern die Software, damit man da halt was bauen kann. Schon auch zum Testen. Also früher hat Google ja dann immer die Hardware verschenkt, damit die Leute das, was sie da programmiert hatten, auch testen konnten. Klar kann ich das jetzt wahrscheinlich auch mit einer anderen Hardware wahrscheinlich ausprobieren, aber es macht natürlich Sinn. Wahrscheinlich wird Apple wieder relativ hardwarenah, die ganze Entwicklungsprozess und so weiter, die Leistung legen, sodass es natürlich schon Sinn macht, das dann mit der richtigen Hardware zu testen. Weißt du, ob von Google irgendwas angekündigt ist? Ja, das war ja vor zwei Wochen, fand die Google I.O. statt, die für mich als Android-Jünger ja sehr interessant ist, jedes Mal. Und auch da war es jetzt so, also die haben ja vor zehn Jahren schon mal die Google Glass rausgebracht, sie waren so mit den Cardboards mit dabei, hatten da auch DreamView als System, wo auch zum Beispiel Samsung mitgespielt hat, also die waren da ja schon mal, die haben eine, zwei Hype-Wellen haben sie ja schon mal mitgemacht, haben das aber alles wieder eingestampft und die Google Glass sozusagen nur für den Industrial, also B2B-Bereich genutzt. Und alle Produkte, die sie gebaut haben, sind im Grunde auch alle so, also von der gesamten Struktur her, so wie Google auch arbeitet, ja, also große Daten analysieren, KI drüber laufen lassen, Services entwickeln und so, sind viel gemacht dafür, dass man sie im Prinzip in eine Brille einbaut. Das war technisch einfach ein bisschen ein Pain in the Ass. Jetzt haben wir sozusagen einen neuen Punkt erreicht, wo man das nochmal neu versuchen kann. Und auf der letzten Google I.O. haben sie sozusagen viele, viele Services gezeigt, wo man immer dachte, also das wäre doch geil, wenn man das in der Brille hätte. Also sie haben zum Beispiel eine Lens dabei gehabt, wo man dann mit dem Smartphone sich vor das Regal stellt, im Supermarkt, und plötzlich wurden da die Kalorien angezeigt. Da dachte ich mir so auch, ja, mach das bitte so, ja, also ich will das bitte vorm Gesicht haben. Und ja, es gab einen One Last Thing, Sundar Pichai, der CEO, hat dann gesagt, so, liebe Leute, und jetzt zeigen wir euch mal, was wir uns in Zukunft vorstellen. Wir haben hier mal was gebastelt. Da gab es ein Video, und in dem Video wurde ein Prototyp einer Datenbrille vorgestellt, also eine AR-Brille, in der sozusagen, das war sozusagen ein Babelfisch auf der Nase. Ja, das heißt, man hat jemanden angeguckt, und dann wurde das, was die Person gesagt hat, in Echtzeit übersetzt und eingeblendet. Ja, es war da nicht praktisch irgendwo im Raum verankert, sondern einfach nur so da drauf, ich konnte es lesen, ja, aber es war eine direkte Übersetzung, also Google Translate direkt auf der Brille, und das hat uns, das hat gezeigt, okay, alles klar, die arbeiten wieder dran. Es gibt auch Gerüchte, sie haben so, praktisch Teams wieder zusammengezogen, zu einem, in einem Lab, wo sie auch zusammen, also wo es praktisch darum geht, so ein Produkt zu entwickeln. Das wissen wir schon, das war sozusagen das erste Produkt, was wir da mal gezeigt haben, und wir erwarten tatsächlich in den nächsten Jahren da ein Produkt, was vielleicht tatsächlich endlich mal nützlich ist und funktioniert. Ja. Jetzt hast du vorhin so mal so im Viertelnebensatz gesagt, das Buch nicht gelesen, das sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, es geht um Snow Crash von Nils Stevenson, N-E-A-L und Stevenson wie der Erfinder der Dampfmaschine mit PH, und das ist ein Buch, was man sowieso lesen sollte, wenn man sich sozusagen dafür interessiert, wo unsere Gesellschaft vielleicht hinwandern könnte, da ist der Staat komplett zerfallen und die großen Firmen, zu denen übrigens auch die Mafia gehört, was ganz lustig ist, die Mafia ist einfach ein Weltkonzern geworden und so wie die Leute heute mit FBI-Jagden rumlaufen, laufen da Leute mit Mafia-Jagden rum, was ich wirklich sehr amüsant finde, die Idee, und in dieser Welt gibt es eben auch ein Internet, in Anführungszeichen, in dem man sozusagen, ich glaube, setzt man da auch Brillen auf, oder man geht in irgendeinen Raum oder so, und ich habe es vor vielen Jahren zuletzt gelesen, bin aber ein großer Neil Stevenson-Fan, und dann kann man eben dort mit einer Figur rumlaufen und mit anderen Leuten interagieren, ist ein bisschen anders wie das, was, wie heißt er, Gott, jetzt habe ich eine Namensblockade, Rookie Player One? Nee, der andere große Cyberpunk-Dingsbumsautor, mit G, William Gibson, genau, was William Gibson als Cyber, Neuromancer, genau, Neuromancer, was der als Cyberspace bezeichnet hat, also die beiden großen Metaphern für das Internet stammen von Science-Fiction-Autoren, nämlich Cyberspace und Metaverse, Cyberspace ist nur so eine Art Datenillusion, ja, da interagiere ich nicht in Person, sondern nur sozusagen als Augenpaar, wenn man so will, und sehe halt die Daten und die Server und die Datenströme und das, Man schwimmt da so durch sozusagen. Man schwimmt so durch, genau, und a shared hallucination of data space und und beim beim Metaverse, genau, jetzt verirre ich mich in der Zukunft hier, beim Metaverse ist es eben so, dass man eben als Figur dort interagiert, so ähnlich, wie man es eben bei First-Person-Shooter-Spielen so, vielleicht kann man sich das vorstellen, tut und es gab ja, das hast du jetzt auch vorhin erwähnt, es gab nicht, sondern es gibt noch Second Life, was das mal gemacht hat, ich hatte auch den schönen, die schöne Aufgabe, mal ein Buch über Second Life zu schreiben, was ich auch als Autorin getan habe, ja, und als das Buch rauskam, war das ganze Ding, da war dann die, da hieß es, es gibt dort auch Kinderpornos, ja, natürlich, es gibt überall Kinderpornos im Internet, man könnte mit der selben Begründung das Internet für out erklären, ja, natürlich sind Kinderpornos schrecklich und so weiter, das hatte dort aber natürlich eine ganz andere Qualität, weil man sich dort als Kind sozusagen verkleiden konnte und der andere dann irgendwelche Dinge mit einem anstellen konnte und das war dann so the beginning of the downfall, ja, wobei es hieß, dass der ganze Hype um Second Life primär durch Journalisten kam, die sich dort eingeloggt haben und, ja, ja, ich hatte mal einen Bericht gelesen, wo ein Journalist sozusagen sich eingeloggt hat und dann beschrieben hat, wie er sofort mit einem Haufen Penissen überhäuft wurde, also so, wurde praktisch mit Penissen beschossen, ja, das zieht natürlich, die Leute lesen so einen Scheiß und locken sich dann da ein und so, ne, genau. Interessanterweise, wie auch immer, ja, genau und Second Life gibt es ja, wie wir beide wissen, immer noch, ich habe mich sogar kürzlich eingeloggt, das war sehr einsam, aber, oder du gehst an irgendeinen Loginpoint, da stehen dann lauter, lauter, andere Journalisten rum, lauter andere Leute rum, die einfach nur da stehen und die nicht mit dir reden oder du bist bei irgendeinem Riesenevent, wo eh keiner mit irgendjemand redet, aber Second Life gibt es auch weiterhin und da haben ja früher Leute wirklich ihr Geld verdient als Designer, als, also ich habe dann, wir haben für das Buch eben dort auch Leute interviewt, die ganz spannende Sachen gemacht haben und da hatten wir jemanden interviewt, die hat, also in Anführungszeichen die, also keine Ahnung, ob es ein Mann oder eine Frau war, aber der Avatar war eine Frau, die hat sowohl Schmuck gemacht, als auch als Prostituierte gearbeitet dort in Second Life, in Second Life, und da gab es also wirklich Leute, die acht Stunden am Tag da ihren oder zehn Stunden ihren Job gemacht haben und ihren Lebensunterhalt dort verdient haben und muss man vielleicht einfach mal sagen, Second Life gibt es immer noch, wer mich dort sucht, ich heiße dort zufällig Oliver Gassner, das war ein hübscher, das war ein hübscher Zufall, da hat mir sofort jemand, ursprünglich hielt es sich Oliver Gasser, weil da konnte man seinen Nachnamen nicht bestimmen und dann hat jemand mir Bescheid gesagt, hey Gassner ist frei, Gassner ist frei und dann habe ich mir natürlich sofort meinen richtigen Namen da geholt. Also grundsätzlich, vielleicht um das mal nochmal auszuholen, also klar, das Abstrakte ist zu sagen, das ist ein Zukunftsnarrativ, faktisch ist es eine Möglichkeit, mit anderen Leuten zu interagieren, indem man als Avatar irgendwo sitzt und anstatt, dass wir jetzt irgendwelche Quadrate vor uns haben im Zoom-Call, haben wir halt andere Figuren vor uns, die da sitzen und um den Tisch rum sitzen und mit denen wir interagieren können, als wenn wir in einer Art 3D-Spiel wären und wir können natürlich auch allerlei Dinge dort einfach entstehen lassen, wenn wir jetzt zusammen eine Waschmaschine designen, kann die halt mitten im Raum stehen und wir können die da zusammenstöpseln oder alle möglichen Dinge da in einer 3D-Geschichte machen. Das ist dann Virtual Reality, also das heißt, es wirkt so, als wenn wir da wären, das, was du jetzt vorhin auch erwähnt hast mit den Datenbrillen, muss man immer mal noch sagen, ist AR, also Augmented Reality, das heißt, die Realität wird durch Daten angereichert. So kann man es sich merken. Anreichern, Augmented Reality und was weiß ich. Komplett an neue Welt. Genau, und ich versinke darin, dann ist es Virtual Reality, also wenn ich nichts mehr anderes sehe, wobei die, glaube ich, auch bei dieser Demo damals von Zuckerberg auch gezeigt haben, wie man dann Realräume und virtuelle Räume übereinander blenden kann und dadurch natürlich auch interessante Effekte dann erreichen kann. Also das ist das, was gedacht ist und das im Prinzip alles, in Anführungszeichen, alles, was es bisher im Internet gibt, soll es dann eben auch in diesem Metaverse geben. Ja und nein. Ja und nein, okay. Vielleicht müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen konkreter und genauer werden, weil auch hier ist es so, was du gerade beschrieben hast, ist sozusagen entweder Virtual Reality oder Augmented Reality, aber das ist nicht gleich das Metaverse. Okay. Und warum ich praktisch auf das Buch verwiesen habe, weil mein persönlicher, favorisierter Ansatz, das Metaverse irgendwie zu erklären, darin besteht tatsächlich, das Buch zu nehmen und zu schauen, was steht da eigentlich drin. Also ein bisschen by the book, eine Metaverse-Definition zu liefern. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es ist ein ironisch, dystopisches Science-Fiction-Buch. Ja, also da geht es natürlich nicht darum zu sagen, wir wollen das genauso haben oder das ist richtig, was da drin steht, sondern es ist eine Metapher. Aber die Metapher ist hilfreich. Also ich finde, sie ist sehr hilfreich. Und was ist die Metapher? Das Metaverse in Snowcrash wird dargestellt als eine Erdkugel und auf dieser Erdkugel kannst du, ist eine Straße, eine einzige Straße, die einmal komplett um die gesamte Erde geht und an dieser Straße sind Grundstücke. Und zwar nur dort. Ja, und man kann sozusagen von einem Grundstück über die Straße zu einem anderen Grundstück gehen. Ja, da ist dann zum Beispiel ein Café und dann gehe ich von dem Café rüber ins Office. So, und die Straße ist eine Metapher für den Übergang, ja, praktisch von einem Grundstück zum anderen. Und die Grundstücke sind Experiences, ja, einzelne Experiences. Und ich finde, das ist eine wunderbare Metapher, um sozusagen für heute, also wie könnte das denn heute eigentlich aussehen und was unterscheidet das eigentlich vom Internet, das als Metapher zu verwenden. Das bedeutet, wenn man das jetzt sehr strikt nehmen würde und sozusagen, was sind die notwendigen Bedingungen für das Metaverse, die einzigen notwendigen Bedingungen, dann wäre es zum einen VR und zum anderen, dass sie Teil des Metaverse-Netzwerkes sind, nämlich verbunden mit einer Straße. Ja, also die Straße ist sozusagen das Netzwerk, was alle Grundstücke miteinander verbindet. In Analogie zum Internet. Ja, also da haben wir auch Webseiten, da haben wir Server und das Internet verbindet die. Du nimmst Teil am Internet. Die Webseite ist nicht das Internet, Facebook ist nicht das Internet, sondern Teil des Internets und zusammen ergibt sich das Internet. Und ich glaube, so ähnlich kann man das auch im Metaverse nehmen. Das heißt, du hast halt Experiences, ja, wenn man strikt nach By the Book gehen würde, wären es nur VR-Experiences, weil im Buch gibt es zwar AR, die man tatsächlich auch mit dem gleichen Headset machen kann, was sehr cool ist. Allerdings sind die Informationen, die du darüber abrufst, Internetinformationen oder Telefonie oder es sind taktische Informationen, die das Gerät an sich zur Verfügung stellt. Ja, also da wird dann die Geschwindigkeit angezeigt zum Beispiel, weil du bist auf deinem Moped, auf deinem Skateboard, auf deinem Cyber-Skateboard, heizst du durch da, durch die Bobklaven in L.A. und dann wird da halt die Geschwindigkeit angezeigt und oder die Entfernung oder welche Richtung du machen musst. Das ist aber nicht Metaverse, sondern das wäre strikt nach By the Book dann halt Internetinformationen. Und genau, auf heute übertragen bedeutet das, es gibt noch kein Metaverse. Ja, also wir haben noch nicht ein Netzwerk, was alle VR-Simulationen oder Experiences so miteinander verbindet, dass ich sprichwörtlich von einer über die Straße zu einer anderen rübergehen kann. Und das bedeutet für mich, also ich halte diese Definition deswegen für extrem nützlich, weil sie den ganzen Quatsch, alles was erfunden wurde oder was die Leute an Hoffnungen, Wünsche oder Möglichkeiten sehen, erstmal wegnimmt und erstmal klar macht, das war eigentlich ursprünglich mal gemeint. Was uns natürlich nicht davon abhalten sollte, trotzdem das Internet so zu bauen, oder das Metaverse so zu bauen, wie wir denken, dass es geil sein könnte oder wie es nützlich und sinnvoll ist. Aber wenn heute jemand halt sagt, Nike joins the Metaverse, dann wissen wir, das ist halt einfach Quatsch. Also das ist natürlich dann, das machen die halt, um Marketing zu machen, um das Buzzword auszunutzen und hat in der Tat jetzt also eigentlich nicht so viel mit dem Metaverse zu tun. Das Buch ist übrigens das Einzige, was uns irgendeinen Hinweis darauf gibt, wie das Metaverse sein könnte. Es gibt sonst nichts anderes, außer Erfindungen, Fantasie, Visionen, Hoffnungen, Möglichkeiten, die alle cool sein können oder auch nicht, aber darüber müssen wir erst noch diskutieren. Und das machen wir am besten, indem wir nicht schon sagen, das ist aber das Metaverse. So, jetzt machen wir den Doppelwopper nach nur einer Stunde, machen wir den Doppelwopper und schmeißen jetzt NFT und Metaverse zusammen. Ich versuche mal vielleicht zu skizzieren, was ich verstanden habe, wie, ich würde auch eher sagen, so ein bisschen die Investoren und Startup-Blase sich das vorstellt. und vielleicht flechte ich schon mal mein Gemotze ein und du kannst dann was dazu sagen. Also das Coole an so einer Metaverse-Geschichte wäre ja, ich habe jetzt zum Beispiel ein dreidimensionales Objekt oder ein zweidreidimensionales Objekt, wie zum Beispiel ein T-Shirt in Second Life und normalerweise hindert mich niemand daran, wenn das nicht entsprechend programmiert ist, einfach zu sagen, ich mache ein T-Shirt und noch ein T-Shirt und noch ein T-Shirt und noch ein T-Shirt, weil es sind einfach Daten, die im Endeffekt keinerlei marginale Kosten mehr haben dafür, dass ich viele davon mache. Vielleicht geht irgendwann meine Zelle da in die Knie, weil zu viele Objekte drin sind, aber grundsätzlich ist das eine unlimitierte Ressource. Und jetzt, war das natürlich auch in Second Life schon so, dass man diese T-Shirts für einen Linden-Dollar oder irgendwas kaufen konnte und da war dann halt irgendein Kopierschutz, da war halt irgendwo ein Bit gesetzt, wo es hieß, das kostet jetzt was und dann musst du halt einen Linden-Dollar dafür zahlen und das ist dann gut. So, zusammen mit NFTs, was NFTs ja sozusagen machen, das haben wir vorhin vielleicht noch nicht richtig skizziert, ist, sie machen sozusagen eine einzelne, ein einzelnes Asset, machen sie, ja, sie machen es eigentlich nicht einmalig, weil ich kann natürlich das, ich kann natürlich das JPEG immer noch tausendmal kopieren, aber ich kann mir die Illusion hingeben, weil ich als der Eigentümer da eingetragen bin, ist das, dieses eine, was ich jetzt habe, für das ich als Eigentümer eingetragen bin, das ist jetzt einmalig und so könnte ich jetzt hergehen und könnte innerhalb von 3D-Umgebungen einzelne Experiences oder Assets, ja, in dem Fall wäre ein T-Shirt ja auch nur eine Art Experience, jetzt nicht so, wie du es als Raum beschrieben hast oder ich hätte dort ein Auto oder einen Hubschrauber oder irgendwas und dieser Haupt-Hubschrauber ist jetzt eine Experience, mit der ich da irgendwie rumfliegen kann und den kann ich jetzt aber einmalig machen, indem ich ihn sozusagen in so eine Tabelle schlicht und einfach eintrage, mehr ist es ja nicht wirklich und dadurch und jetzt in meinem Hinterkopf ist es jetzt so, ich bin ein Investor, ich habe investiert in Web3D und ich habe investiert in NFTs und jetzt schmeiße ich das einfach zusammen und behaupte, dass das eine nur mit dem anderen funktionieren kann, weil das ist das, was ich jetzt immer mal so auf meinen Wellenlängen höre und wo ich jedes Mal sage, verstehe ich nicht, weil Web3D gibt es in Second Life auch und es funktioniert super duper ohne NFTs. Ja, man müsste vielleicht mal nachgehen, nachgucken gehen, ob die da inzwischen damit anfangen, ja, wäre natürlich auch blöd, wenn sie es nicht machen würden, weil sie natürlich auch einen gewissen Vorsprung haben, aber ich sehe da eigentlich keinerlei Connects. Vielleicht jetzt an der Stelle flechte ich mal ein, an welcher Stelle ich NFTs ehrlich gesagt sogar für verhältnismäßig sinnvoll halte und zwar solche NFTs, die eben solche Codeschnipsel mit sich mitschleppen. Und zwar stelle ich mir Folgendes vor, ich wäre jetzt entweder Fotograf oder bildender Künstler oder sowas, ja, und habe hier ein Bild. Das Bild verkaufe ich dir. Ich verkaufe dir parallel dazu ein NFT, was dieses Bild repräsentiert. Und das Bild ist so markiert, dass es nur mit dem NFT weiterverkauft werden kann. Und wenn ich verkaufe dir das jetzt für 1.000 Euro, dann kriege ich ein paar Kunstpreise und dann kannst du das Bild für 10.000 Euro weiterverkaufen. Und in dem Kontrakt ist hinterlegt, dass du das nur mit dem NFT weiterverkaufen kannst und ich jedes Mal einfach 10% vom Kaufpreis kriege. Das heißt, ich kriege dann ein zweites Mal 1.000 Euro für dasselbe Bild. Und wenn der das dann für 100.000 weiterverkauft, kriege ich 10.000 Euro und wenn das für eine Million, kriege ich 100.000 Euro und so weiter und so fort. Also anders gesagt, anders gesagt, ich halte das für so etwas zum Beispiel für eine durchaus interessante Technologie, die in dem Fall sogar ein echtes Feature aus meiner Sicht darstellt, so wie du es vorhin beschrieben hast, weil es sozusagen den Urheber immer wieder an dem Text partizipieren lässt und so weiter. Dasselbe, wenn du jetzt einen Text verkaufst und sagst, ihr dürft den gerne weiterverkaufen, aber ich kriege halt jedes Mal, was weiß ich, in dem Fall vielleicht 50% von dem, was der andere zahlt, wäre das ja auch zum Beispiel von den Online-Journalisten eine spannende Geschichte. Wenn ich sage, okay, dieser Text darf nur zusammen mit einem NFT weiterverkaufen werden. Also das wäre jetzt mal eine Geschichte und wenn das jetzt noch ein Energiesparender welcher ist, dann hätten wir ja was, was einigermaßen sinnvoll ist. Diesen Connect zwischen Web3D und NFT, so wie ich ihn beschrieben habe, den halte ich weder für nötig, weil er ja das eigentliche Feature von dieser 3D-Welt, nämlich dass da eine Wand ist, für die ich eben kein Beton gießen muss. Das zerstört, das macht ja genau das, was eigentlich das Feature ist, aus meiner Sicht kaputt. Das sind jetzt zwei Punkte, über die man relativ lange diskutieren könnte. Ich gebe mir jetzt mal das Erste, nämlich Interoperabilität. Also ich habe einen Hut in der einen Experience und ich frage ihn auf dem Kopf rüber in die andere Experience. Das muss man programmieren. Und NFT bietet jetzt sozusagen eine Lösung an, dass wenn beide Experiences diese Art von NFT implementiert haben, dass ich dann praktisch auf der Straße die Übergabe mache von der einen Experience zur anderen und sage, übernimm meinen Avatar, da ist dieser Hut dabei, dieser Hut ist ein NFT, das Protokoll kann der verarbeiten, lebe das Bild rein und dann habe ich den Hut immer noch auf. Wahrscheinlich müsste er kurz einmal abgesetzt und wieder hingesetzt werden, aber so schnell, dass man es nicht merkt. Das ist praktisch die eine Lösung, wo man auch sagt, okay, ich kann halt die NFTs überall hin mitnehmen, weil sie praktisch unabhängig vom Metaverse sind beziehungsweise Teil des Metaverse wären. Das Ding ist, dass das eigentlich kein, also das Problem könnte man schneller und einfacher und günstiger lösen, wenn man es nicht mit NFTs machen würde. Es geht auch so. Ich kann einfach eine persönliche Datenbank haben, was weiß ich, ein Verzeihnis auf dem Google Drive oder sonst wo, ja, also irgendwie, ich muss dem einfach nur irgendeinen Link geben und sagen, da liegen meine Assets, da liegen meine ganzen Grafikdateien, bitte konvertiere das Setup, was ich jetzt gerade an meinem Körper trage. Das gibt es auch schon. Es gibt Anbieter, die universelle Avatare anbieten, ja, also, wie heißt der, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, klingt so ähnlich wie Metaverse, My Metaverse oder so heißt das, glaube ich. Die werden auch tatsächlich heute schon eingesetzt, millionenfach und dafür braucht man keinen NFT, sondern man kann einfach sich da einen Avatar erstellen und dann ist das praktisch auch so eine Art universeller Login, ja, also, wie man sich praktisch auch mit Facebook einloggt und dann hast du das Bild von deinem Facebook-Account sozusagen in verschiedenen Programmen voreingespielt, ne, und genauso da halt auch, nur halt nicht mit einem einzelnen Profilbild, sondern mit einem kompletten 3D-Avatar. Das Problem ist bereits gelöst, ohne NFTs, funktioniert. Also, ich habe jetzt gefunden, My Metaverse.io, und die machen es aber mit NFTs. Die machen es mit NFTs, okay, dann meine ich ein anderes, aber geht auch ohne NFTs. Also, ist einfach ein universeler Anbieter und die können, du kannst einfach die Daten übergeben und das sind einfach ein Standard, die die anbieten und den baust du dann ein und das Ding ist halt, dass alle sich sozusagen darauf einigen müssen, diesen Standard zu implementieren und dann kannst du das halt easy übertragen. Den Hut kannst du dann überall mitnehmen. So, also das ist einfach kein Problem, wofür man unbedingt NFTs braucht, aber die wollen natürlich, dass man das unbedingt benutzt, weil es ist gleichzeitig eben halt auch ein Spekulationsobjekt und die Leute, die diese NFTs anbieten, wie du es halt auch gesagt hast, verdienen mit an Gaspreisen. Das sind praktisch die Preise, die man bezahlen muss, dass das Ding lebendig ist, dass es überhaupt da ist auf der Blockchain. Ja, man fließt da ja immer so ein kleines Abo ab, wo man halt die Leute dann dafür bezahlen muss, dass man überhaupt ein NFT hat. Über den Aspekt haben wir auch noch nicht gesprochen und ja, du kannst da auch mit einprogrammieren, sozusagen, dass es automatisch passiert, dass der Urheber des Kunstwerkes immer wieder neu vergütet wird. Man könnte das, aber das Problem ist zum Beispiel auch schon gelöst, völlig unabhängig von NFTs. Auch heute ist es schon so, dass du als Urheber eines Bildes nicht, also das Bild darf nicht unendlich weiterverkauft werden, ja, sondern du hast immer wieder das Recht, das neu zu verhandeln. Wenn ich ein Bild mache und das Restaurant kauft das Bild und hängt es bei sich auf, gut, dann kann es das Bild natürlich einfach weiterverkaufen, aber es darf zum Beispiel nicht unendlich vervielfältigt werden, ja, da müsste man mich wieder fragen, so. Und das Problem ist bereits gelöst. Auch im Internet haben wir nicht das Problem, dass massenhaft Bilder vervielfältigt werden. Wir hatten mal das Problem, nämlich damals MP3s erinnern wir uns auch nochmal so ein bisschen, ja, das haben wir aber gelöst, ja, also es ist so gut wie gelöst, ja, also es ist kein Problem, wo man sagen würde, das zerstört gerade das Internet oder es macht gerade alle Künstler kaputt. Und das nicht, aber es wird natürlich von jedem Fotografen werden Bilder, selbst meine sehr schlechten Fotos wurden schon geklaut. Ja, aber du hast die Möglichkeit sozusagen dem nachzugehen und in den allermeisten Fällen sozusagen auch dafür was zu bekommen. also das ist kein Problem, das wir sozusagen akut lösen müssten, weil es total unter aller Sau ist, sondern das Problem ist gelöst. und genau, das ist schon mal das eine. Also die Interoperabilität muss ich nochmal sagen, die Frage ist auch, ist das überhaupt ein Feature? Also wir finden das natürlich jetzt cool und in dem Buch wird das auch cool beschrieben, wie sozusagen der Protagonist, Hero Protagonist, der auch so heißt, hat sein Schwert, sein Samurai-Schwert auf dem Rücken, läuft aus dem Café raus, säbelt jemanden mal kurz nieder, läuft dann rüber in eine andere Experience und hat halt immer sein Avatar an und sein Schwert auf dem Rücken. Das ist natürlich sehr cool, ist aber natürlich auch Hollywood-Style inszeniert und dann gefällt uns das. Aber in der echten Welt, heute hier, müssen wir uns schon fragen, wozu brauchen wir das? Was sind die tatsächlichen Features? Ist das ein Produkt, ein Feature, das wir haben wollen, das wir kaufen wollen? Ich würde sagen, ein bisschen, ja, also zum Beispiel, da hinten ist ein Bild, hängt da hinten, das ist ein künstliches Bild, also ein Bild, das hat ein Künstler in Photoshop gemacht und der kommt aus Serbien, dann habe ich dabei beobachtet, nämlich auf Twitch, wie er das gemalt hat und ich habe einen Abzug bei ihm bestellt. Jetzt könnte ich ja sagen, okay, der macht eine limitierte Aufnahme, eine Auflage davon und ich habe halt Nummer 57 und ich hänge dieses Bild jetzt sozusagen in mein Office und zwar in mein Office, das mit dem Metaverse verbunden ist. Jetzt kann ich das Ding dann einfach weiterverkaufen und könnte es dir schenken oder du könntest es kaufen und hängst es dann in dein Office und dann ist das sozusagen mal ein Anwendungsfall, der einigermaßen sinnvoll ist, wo man sagen könnte, okay, da verstehe ich das so ein bisschen, dass man das mit NFTs macht, letztendlich kann ich dir das auch einfach so verkaufen und da muss man jetzt wirklich nicht unbedingt NFTs dabei haben. Aber zum Beispiel, ich bin in einem Spiel in Fortnite, ich erlebe was Tolles, ich mache einen Screenshot, ich hänge den Screenshot in mein Office, in mein digitales. Geht. Ich finde ein tolles Schwert, dann mache ich ein Selfie mit dem Schwert, das ist einzigartig das Schwert, das habe ich dann in meinen Assets in dem Spiel, dann geht das, dann kann ich es in meinem Office aufhängen. Aber zum Beispiel, dieses Schwert, das ich in Fortnite gefunden habe, rüber nach Minecraft zu nehmen, das ist absolut nicht trivial, das Problem. Also du hast andere Mechanismen, das Schwert ist da im Grunde, hat andere Funktionen, es wird anders verstaut, die Grafik ist unterschiedlich, das sind unterschiedlich viele Pixel, dann ist das vielleicht Shader-ready oder nicht. Das ist nicht trivial und es gibt im Grunde keinen Grund, warum Entwickler sich die Programmierarbeit machen sollten, dafür zu sorgen, dass du Gadgets von einem anderen Spiel in dein Spiel mit reinholen können solltest oder Gadgets dein Spiel verlassen. Also warum sollte ich dafür sorgen, dass wertvolle Items aus meinem Spiel verschwinden können? Hat dein Entwickler null Interesse daran? Und das sind dauernd so Fragen, die sind noch komplett unbeantwortet und ich weiß auch nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das zu beantworten. Nee, da müssen wir in zwei Jahren oder in vier Jahren müssen wir uns nochmal unterhalten und müssen sagen, und ist dem Metaverse dasselbe passiert wie Second Life und hat es Facebook mitgerissen oder nicht? Ja, oder, ja. Also es ist genauso schwer vorherzusagen, wie damals 1992, als Snowcrash rauskam, da war das Internet sozusagen noch komplett, da waren einfach ganz viele Protokolle unterwegs und das Internet hatte noch nicht mal Bilder. Das kam nämlich erst im Winter 290, kam der erste Browser raus, der in der Lage war, ein Bild darzustellen. Und das heißt, deswegen hat Snowcrash auch so gut funktioniert, weil es sozusagen dem Internet mal ein Gesicht gegeben hat. Das wurde plötzlich anfassbar, das wurde plötzlich physikalisch. Und deswegen hat Snowcrash so gut funktioniert und hat so eingeschlagen und auch so viele Leute inspiriert. Der Gründer von Second Life hat sich davon inspirieren lassen, hat gesagt, ich baue das jetzt nach. So hast du das Buch geschrieben. Der hat diesen Apparat gebaut, weil er praktisch so ein immersives Ding machen wollte und wollte das Metaverse machen und die Software, die er dann gebaut hat, um das zu betreiben, die hat er verwendet, um dann im Prinzip ein 3D-Desktop-Ding zu machen. Die ersten Grundstücke, die wollte er alle auf separate Server packen, ging aber technisch nicht, also er musste alles auf einen Server machen. Er wollte das Metaverse nachbauen, war davon inspiriert. Letztendlich Matrix war der letzte Anstoß, habe ich jetzt neulich in einem Interview gelesen. Er hat gesagt, als Matrix rauskam, haben wir für ihn klar, jetzt reicht es, er baut es jetzt nach. Fand ich cool. Also Snowcrash war damals total, total wichtig und aber, also das Internet damals war unvorhersagbar. Keiner da wusste, dass das Internet, was nur ein Teil des gesamten Netzes war und davon, der Webspace, tatsächlich das werden würde, was voll abgeht und was wir heute hauptsächlich benutzen als Consumer. Ich weiß noch, also ich bin ja seit 88 online, das heißt, ich konnte das alles sozusagen live miterleben, weil 89 ging die erste Webseite online, noch im Demo-Modus. Aber natürlich konnte der Rechner, an dem ich war, das nicht mal darstellen, weil der konnte nur, der hatte keinen Grafikmonitor. Also jetzt kann ich an der Stelle mal erzählen, ich habe da jemanden getroffen, den ich im Netz kennengelernt habe, also einen Mitspieler, auch in einem Mat, also egal, auch eine Art Spiel. Und dann kam der mich besuchen und dann habe ich gesagt, ob er nicht ein Foto schicken kann. Das heißt, der hat mir ein Foto geschickt, das musste dann von, also das musste dort von GIF auf, ich glaube, GIF gab es schon, von GIF auf ASCII umgemodelt werden. Dann hat er mir die ASCII-Dateien, also die kamen dann an, die musste man zusammenstöpseln, musste sie wieder in GIF umwandeln. Das GIF musste über einen Token Ring auf einen PC geschickt werden, weil der PC war natürlich nicht am Großrechner, sondern es war natürlich nur das Terminal am Großrechner. Also über Token Ring wurde das dann ein PC geschickt. Dann musste ich es mit einer Diskette von einem PC zum anderen transportieren, weil auf dem anderen lief Word. Dort konnte ich die Grafik in eine Word-Datei einbinden. Ich konnte sie aber immer noch nicht sehen, weil das war nämlich DOS-Word und das konnte Bilder nur als Quadrate, also nur als Rechtecke darstellen. Daraus habe ich dann ein PDF erzeugt. Also wir reden von 1992 oder so. Daraus habe ich ein PDF erzeugt. Dieses PDF, eine EPS-Datei, also eine Druckdatei auf Postscript-Basis. Diese kam wieder auf eine Diskette und wurde in den nächsten Raum getragen. Das waren jetzt alles keine fünf Meter zwischen diesen Rechnern. Die waren aber nicht verbunden natürlich. Und dann konnte ich, weil auf dem Drucker durfte man nur EPS-Dateien ausdrucken, weil es gab diese blöden Word-Viren. Das weiß kein Mensch mehr, dass es DOS-Word-Viren gab. Makros in DOS-Word-Dateien. Auf jeden Fall. Und dann konnte ich dort diese Word-Datei ausdrucken und dann hatte ich sein Foto in der Hand. Ja, das muss man sich mal, ja, und das war Anfang der 90er Jahre. Das sage ich. Also wenn man sich das, also die Geschichte erzähle ich immer mal wieder, ja, um einfach klar zu machen, welchen Sprung wir wirklich in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Ja, und es ist natürlich total spannend, das zu begleiten. Und wie vorauszusehen war, haben wir die Stunde locker gerissen. Ja, aber wir hatten auch wirklich Riesenthemen, ja, nämlich Metaverse und NFT, was die miteinander zu tun haben, nämlich eigentlich nada, also oder, also zumindest nichts Notwendiges. Ja, also wir können uns, die Frage, die wir stellen müssen und die wir noch nicht beantworten müssen, ist, wie soll das Metaverse denn letztendlich aussehen? Und das finde ich total geil und deswegen bin ich dabei. Ja, deswegen habe ich, glaube ich, voll Bock dabei, darauf, das mitzugestalten und zu schauen, wohin geht die Reise und das auch kritisch zu begleiten. Und mein erster kritischer Kommentar ist, wir sollten Abschied nehmen von den Kryptonarrativen und wirklich schauen, wofür können wir das ganze immersive Zeug eigentlich produktgewinnbringend einsetzen, nämlich zum Beispiel im ganzen Industrial Sektor, zur Visualisierung, digitale Zwilling, Wartung und so weiter, ist super geil. Oder kreative, kreative Kollaborationen. Kreativ, Architekten, Designer, die Kram zusammen machen, im Health-Bereich, super wertvoll, Fitness, funktioniert heute schon wunderbar. Im Prinzip ist eine Quest 2, ein kleines Fitnessgerät. Games auch, auch wunderbare Geschichte so. Selbst wenn der ganze Metaverse halt weggeht, haben wir heute auch schon eine blühende XR-Branche mit lauter sehr coolen, funktionellen Sachen. Und ich kann es nicht erwarten, das weiterzuentwickeln. Mein Traum wäre noch, weiß nicht, ob das schon der Schluss ist oder so, aber mein Traum wäre es, eine Art WordPress zu haben, was aber halt immersiv ist, also halt ein VR-Wordpress, was Open Source ist und mit dem ich am Metaverse teilnehmen kann und wo ich dann Leute zu Besprechungen, zu Interviews einladen kann und mit denen quatschen kann. Oder du mich in deins, ja, also dann hätten wir jetzt praktisch in unseren Avataren eigentlich... Oder eher so eine Art, oder eher so eine Art Slack, Slack-Ding oder irgendwas, wo ich einen eigenen Space aufmachen kann. Ja, so. Und den entweder ein Museum drin bauen kann oder ein Besprechungsraum oder irgendwie sowas, ja. Genau. Aber es ist mit Metaverse verbunden, das heißt, ich kann da auch mit anderen Avataren rein, weil es da halt Standards gibt und ich kann halt Leute einladen und für die ist das normal, dass sie mich da besuchen. Die können auch klingeln. Also für mich, für mich klingt es nach Mozilla Hub, oder? Also Mozilla Hub müsste sowas doch fast schon können. Also wir haben ein Barcamp, wir haben ein Barcamp gemacht in Mozilla Hub. Ich habe es natürlich nicht selber aufgebaut, sondern hatte da Hilfe. Aber ich habe das Gefühl, die Technologie ist schon einigermaßen im grünen Bereich, sodass man die eigentlich auf jeden Server schmeißen kann. Ja, was noch fehlt, ist die Verbindung. Also wir haben noch keine Straße. Und sobald wir die haben... Wobei, ich kann ja von Mozilla Hub zu jedem anderen Hub einen Link legen, oder? Ja, du kannst einen Link machen und dann hüpft man sozusagen rüber. Also man beamt sich rüber. Ich weiß gerade nicht, ob man da auch den gleichen Avatar anhaben kann. Es könnte sein, dass du den neu definieren musst. Aber das habe ich jetzt. Ja, also die Verbindung ist im Prinzip eine Internetverbindung. Ja, genau. Das ist okay, aber ja. Und was jetzt zum Beispiel vielleicht noch so zum, als Vorschau, was gerade auch passiert. Auf der Oculus-Plattform wird gerade ein Proto-Metaverse gebaut. Das heißt, die haben da ihr eigenes Avatar-System und ihre eigenen Items und so. Und was sie gerade machen, ist mit Horizon Workrooms und World und alle anderen Events sozusagen Sachen zu bauen, wo man wirklich rübergehen kann. HTC baut sowas mit ihrem Viveverse auch. Die bauen sowas ähnliches. Und das sind dann sozusagen Proto-Metaversen. Wir vermuten, Apple macht sowas ähnliches. Wo man dann innerhalb dieser Proto-Metaversen schon diese Freiheitsgrade hat. Und der Traum wäre natürlich dann, dass man die alle miteinander verbindet. Ein Kollege aus den USA hat gesagt, hoffentlich entwickelt sich das Metaverse nicht so wie das Mobile Web. Und das halte ich auch für einen Augenöffner, weil im Grunde baut gerade jeder sein Wort Garden und die sind nicht miteinander verbunden. Also es gibt keine Verbindung zwischen Android und iOS. Also mit Mobile Web meinst du praktisch die Apps, dass ich sozusagen in eine App mich reinlinken kann. Du kannst im Prinzip, sind das zwei getrennte Systeme und die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und das ist scheiße. Das Internet ist nicht so. Das normale offene Internet, da ist alles kompatibel, also vieles kompatibel und du kannst Sachen verlinken, einbetten und so weiter. Und das Mobile Web ist nicht so. Das ist scheiße. Die ganzen Apps und so, das ist abgeschlossene Systeme. Und die Hoffnung ist, dass das Metaverse nicht wird wie das Mobile Web, sondern offener und weniger World Garden mäßig. Ich kann nur sagen, das hängt wahrscheinlich davon ab, womit das Geld verdient wird am Schluss. Also man sieht die Geschichte von Twitter. Jetzt habe ich doch noch, am Schluss würde ich noch ein bisschen Service-Journalismus aus dir rauskitzeln. Und zwar, wenn jemand ein, also ich kenne da vielleicht jemand, wenn jemand sich jetzt eine Virtual Reality-Brille kaufen wollen würde, würdest du sagen, um Himmels Willen, warte noch ein halbes Jahr oder ein Jahr? Oder würdest du sagen, mit XY kann man sich die meisten Sachen auch schon angucken? Ja, also wo man überhaupt gar keinen Fehler macht, ist eine MetaQuest 2 zu kaufen für 350 Euro, die übrigens in den USA schon runtergesetzt wurde auf 250 Euro. Das ist das Gerät, was die allermeisten Apps hat und was die allermeisten Leute haben. Das heißt, du bist sozusagen verbunden mit der MetaQuest 2 Community und kannst dort alle gängigen Spiele benutzen, hast eine tolle Spielekonsole auf dem Kopf, hast aber auch schon viele professionelle Apps, die dafür optimiert sind, hast auch ein kleines Fitnessstudio auf dem Kopf. Damit kann man grundsätzlich erstmal für den Preis überhaupt nichts falsch machen. Man ist damit nicht im Metaverse. Also wir reden hier über VR und nicht über das Metaverse. Das muss man dann, glaube ich, einfach mal dazu sagen. Ja, weil es das ja auch noch gar nicht gibt. Genau, ja. Aber das machen dann gerne auch viele Redakteure von mir falsch, die sagen, dann kauf dir die Quest 2 und du bist im Metaverse. Nein, bist du nicht. Sondern die bauen da jetzt gerade dran, aber warte nochmal fünf Jahre so, bis das richtig cool wird. Das ist sozusagen der ganz schnelle, coole Griff und ist halt super portable. Genau, damit könnte ich jetzt aber auch, was weiß ich, wenn ich jetzt in einem Mozilla Hub bin, der kann ja auch oder in einem, was ist das, Microsoft, wie heißt es da? Mixed Reality. Oder VR Space. Ach so, du meinst, das von Microsoft heißt VR VR Space, glaube ich, oder? Nee, das heißt VR VR Chat, oder? VR Chat gibt es auch, du meinst aber was anderes, ich vergesse mal den Namen. Da findet jetzt auch übrigens nächste Woche Mittwoch der Stammtisch statt, der VR Stammtisch. Okay. Den ich jedem auch empfehlen kann, der sozusagen mit Profis mal über VR sprechen möchte. findet statt in, so, das haben wir gleich, ich drücke hier kurz auf den Knopf, Allspace VR. Ah ja, genau, Allspace VR, genau. Ja, genau. Findet in Allspace VR statt. Genau, man hat ganz viele solcher Plattformen wie VR Chat, Allspace VR, gibt es noch ganz viele andere, wo es hunderte von verschiedenen Welten und Räumen gibt, wo viele User sind, wo man sich relativ niederschwellig austauschen kann. Und kann ich jetzt die Brille dann dafür mitverwenden, oder? Ja, genau. Also das heißt, es ist ein Standard, ich sage jetzt mal, 3D-Output-Gerät. Ja, du kannst es auch in den Computer anschließen und PC VR machen. Das ist das Coole. Das hat einen Anschluss hier, geht aber auch schon über LAN, beziehungsweise WLAN, geht das auch schon. Okay. Und du kannst auch zum Beispiel Steam VR benutzen. Steam ist ja die größte Spieleplattform aktuell. und du kannst dort dein Computer, das ist dann auch einfach nur ein weiteres Anzeigergerät und kannst, wenn du zum Beispiel eine 3080 Ti hast, dann aber auch ordentlich Grafik hier drauf pumpen. Das sieht dann nicht aus wie bei einer VARJO oder so, aber das funktioniert auch schon ziemlich gut. Also das ist das Coole. Das heißt, du hast ein PC VR-Ding und ein mobiles Ding mit einem Wahnsinns-Ökosystem bereits drauf. Wer keinen Bock auf Facebook hat, dem kann man noch eine andere Firma empfehlen und zwar... Wobei, Zwischenfrage, du bist ja auch Brillenträger, ne? Ja. Wie machst du das oder hast du da, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht Fensterglas drin oder wie ist das? Nö, also du hast hier drin, hast du keine Sehstärke drin, aber es ist überhaupt kein Problem mit meinem Brillengestell, die da reinzupacken. Also ich lasse die Brille einfach auf und ziehe es auf. Dann hast du auch eine relativ große. Ja, und es funktioniert, der asiatische Klon, ja, also Oculus ist sozusagen Facebook beziehungsweise Meta, aber Bluebyte hat Pico. Pico ist im Prinzip genau das Gleiche wie das, nur ein bisschen offener, hat aber noch nicht so viele Apps. Die sind gerade gelauncht mit einer Beta-Version in Europa und wer keinen Bock hat auf Facebook, sondern lieber auf chinesische Social-Media-Plattformen, der sollte sich das mal anschauen. Ich habe schon ein chinesisches Handy, weil ich mich mit dem CIA gar nicht erst abgebe, sondern gleich den chinesischen Geheimdienst bevorzugeben. Lieber mit Xi telefonieren, also mit dem Präsidenten. Ja, also du weißt ja nie, wer die nächste Wahl gewinnt. Ja, und dann ist sozusagen der nächste Step, sobald dir Qualität sehr, sehr wichtig ist und du auch, sage ich mal, lange die Brille aufhaben willst, weil nach zwei Stunden ist entweder die Batterie leer oder dein Kopf platzt. Ja, also es ist noch nicht so, dass man sagen könnte, das ist wirklich, also das kannst du unendlich lange tragen. Nicht acht Stunden Arbeitstag, genau, gar nicht. Das ist übrigens überhaupt keine Brille, selbst die allerteuerste von Varjo ist dafür nicht, danach bist du fertig. Also es ist immer sehr, sehr anstrengend, aber der nächste Step ist sozusagen Geräte von HTC zu nehmen. Also die sind für den professionelleren Einsatz, die haben ein bisschen besseres Tracking, bessere Auflösung, komfortabler, bessere Akku und da gibt es einfach, das machen die sehr, sehr gut. Das ist sozusagen der nächste Step. Kostet aber gleich drei oder vier Mal so viel. Okay, also da ist man eher bei 1000 Euro dann dabei. Es gibt auch schon für 650, gibt es welche, da hast du dann aber, sag ich mal, die Grundausstattung, aber die kann dann auch nicht so viel mehr wie die Quest 2, die ist ein bisschen bequemer, hat ein bisschen längerer Akku, ein bisschen mehr Pixel, aber kein doppelt so stark, also obwohl der Preis doppelt so groß ist, ist es nicht doppelt besser. Und ab 1000 Euro fängt es im Prinzip an, dann auch, sagen wir mal, von der Anzahl der Pixel interessanter zu werden. Eigentlich müsste ja bei IT so sein, doppelt so teuer, vier Mal besser. Also wäre ja eigentlich die, ja. Ja, ist es noch gar nicht, ja. Und, also das sind so die zwei Optionen, die ich jetzt mal so grundsätzlich empfehlen würde. Ich bin kein Headset-Experte, also es kann sein, dass ich jetzt so irgendein Headset vergessen habe, was vielleicht dann doch nochmal dazwischen irgendwie besser ist, aber die zwei Sachen sind so auf dem Schirm zu haben. Meta mit dem größten Ökosystem aktuell, mit den zugänglichsten Geräten, HTC mit dem zweitgrößten Ökosystem, haben auch sehr viele Spiele schon drauf, da gibt es auch Beat Saber und Allspace VR, kannst du da auch drauf spielen, haben nicht ganz so viele Geschichten, sind aber auch sehr viel teurer und bauen gerade auch in einem Proto-Metaverse. Also ich finde, diese beiden sind die großen Player und da guckt man halt so ein bisschen in den Geldbeutel und dann entscheidet man sich. Gut, prima, dann mache ich vielleicht mein nächstes 3D-Barcamp mit einer Brille. Ja, es gibt übrigens Anbieter, die die Dinger verleihen, also du kannst dann zum Beispiel für, also du sagst dann zum Beispiel, okay, ich habe ein Firmen-Event, das sind 150 Leute, rufst du bei der Firma an und die verschicken dann die Geräte, damit die Leute das tatsächlich nutzen können. Ziemlich cool. Okay, das hat auch was, ja. Gut. Dann haben wir jetzt auch noch ein bisschen Service-Journalismus aus dir rausgekitzelt. Und das war, auch wenn du jetzt nicht der Headset-Freak bist, aber einfach, damit man mal eine Idee hat, weil ich finde es dann enorm schwierig, da rum zu googeln. Und das, was die Kollegen da manchmal schreiben, das ist nicht immer wirklich hilfreich. Und ja. Gut. Vielen, vielen Dank für diesen Pass-Force, für diese Pass-Force-Mutzerei, hätte ich beinahe schon gesagt, durch NFTs und Metaverse. Ich glaube, einige Dinge sind ein bisschen klarer geworden und man kann jetzt vielleicht ein bisschen entspannter rangehen, wenn es irgendwie heißt, Nutella ist jetzt auch im Metaverse oder sonst irgendjemand, dann weiß man, dass man da einfach nur eine halbe Schulter zucken muss und sagen kann, ja, ja, macht ihr mal. Gut. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, lebt lange und in Frieden und möge der Saft mit euch sein. Wir freuen uns über Kommentare, Likes, Geteilerei. Immerhin haben wir jetzt hier anderthalb Stunden für euch gequatscht, das muss eine Belohnung wert sein und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bye, bye. Ciao.